Das ist ein Aufruf, ein Ratschlag für unsere türkischen Brüder. Und kurdische Geschwister hier in Deutschland. Momentan gibt es in der Türkei große Konflikte zwischen der türkischen Regierung und der PKK. Und leider müssen wir feststellen, dass dieser Konflikt sich auch hier langsam auf den deutschen Straßen ausgetragen wird. Das heißt, eine türkische Moschee ist von kurdischen bzw. von PKK-Aktivisten angegriffen worden. Eine Demonstration von Türken ist auch von PKK-Aktivisten angegriffen worden. So steht es zumindest in der Zeitung. Und deswegen möchte ich einen Ratschlag geben. Der Prophet hat gesagt, die Religion ist ein guter Ratschlag. Und dieser Ratschlag ist, dass sowohl die Türken als auch die Kurden sich von jedem Konflikt fernhalten. Und von jeder Demonstration. Wenn beispielsweise, ich meine, ich würde sowieso keine Demonstration empfehlen, weil es meiner Meinung nach überhaupt nichts bringt, einen Protestmarsch zu machen, weil in der Türkei Soldaten gestorben sind. Ja, weil man den Soldaten, die gestorben sind, wird man damit nicht helfen können. Ja, und man wird damit auch diejenigen, die die Soldaten getötet haben, nicht dazu bringen, aufzuhören. Man kann auch die deutsche Regierung nicht unter Druck setzen, irgendetwas zu tun. Das heißt, prinzipiell bringt das nichts. Genauso bringen für mich Demonstrationen auf der anderen Seite nichts, weil dieser Konflikt sowieso ausgetragen wird. Aber noch weniger bringt es, aber natürlich kann man da gerne auch anderer Meinung sein, aber was definitiv absolut überhaupt gar nichts bringt, ist, zu Demonstrationen von anderen, das heißt, dass Türken zu Demonstrationen von Kurden oder Kurden zu Demonstrationen von Türken gehen und dann dort Ärger machen. Es bringt überhaupt nichts. Man wird damit weder einem Türken noch einem Kurden in der Türkei oder von mir aus auf der ganzen Welt helfen. Man hilft niemandem damit. Sondern man schadet nur sich selber. Man schadet nur sich selber. Ihr müsst mal gucken in den Zeitungen, die ganzen Kommentare, die dort geschrieben werden, von dem Otto-Normalverbraucher-Deutschen. Da steht dann ein muslimischer Konflikt, was überhaupt nichts mit dem Islam in dem Sinne zu tun hat. Das heißt, man schadet sich nur selber. Die Leute kriegen Hass darauf. Die sehen diese Bilder, wie Leute wild um sich schlagen, Sachen werfen, mit Gegenständen aufeinander einschlagen. Und dann sagen die, schau dir diese wild gewordenen Assis aus Tausend und eine Nacht mal an, wie die sich hier benehmen. Das ist es. Das ist das Einzige, was man erreicht. Das Einzige, was man erreicht, ist, dass man sich selber schadet und denjenigen, die gegen die Muslime sind, weil selbst wenn da Leute bei sind, die sowieso keine Muslime sind, ich meine, ich kenne jetzt nicht jeden Einzelnen, der dabei ist, aber das wird so wahrgenommen. Für den Otto-Normalverbraucher-Deutschen sind das Muselbahnen. Und die sind sich hier auf Deutschlandstraßen am Zerschlagen, wild geworden, asozial, noch mit den Polizisten am Rumstreiten, so sieht das aus. Und deswegen, das bringt überhaupt nichts. Und glaubt es mir. Jeder, der euch was anderes erzählt, kann nicht euer Freund sein, weil der entweder doof ist, und wenn ein Doofpaddel, ein Dummkopf einen Ratschlag gibt, dann ist dieser Ratschlag schädlich. Das ist genauso, als wenn man krank ist und man geht zu einem Arzt, der einen an der Mütze hat. Dann wird der einem eine Medizin geben, der schlecht fein ist. Wenn man krank hat, muss man zu einem vernünftigen Arzt gehen. Dann kann man nicht zum Metzger gehen. Dann muss man zu einem vernünftigen Arzt gehen. Und hier auch, wenn einer einem von euch den Ratschlag gibt, dort hinzugehen und Theater zu machen, oder dieses ganze dumme Ehregequatsch, ja, jetzt müssen wir denen zeigen, dass wir auch Mut haben. Das ist alles Schwachsinn, das ist alles vom Schaitan. Du musst gar keinem irgendwas beweisen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah erwartet von dir, dass du dich vernünftig benimmst. Also beweise nicht irgendjemandem was, dass du was drauf hast, dass du stark bist, dass du dich traust, und dann kommt der Truppenzwang, wie, ja, die wollen das, und da sind wieder die Bösen dieses und jenes, und was weiß ich, vergiss es. Bleib zu Hause. Du kannst deinem Volk nicht helfen. Das Einzige, was deinem Volk, egal ob Türken oder Kurden, helfen kann, ist der Islam. Ist der Islam. Denn Allah sagt im Koran, Und der Sieg, die Hilfe, kommt nur von Allah alleine. Aber wann kommt die Hilfe von Allah? In Allah sagt so 47, Wenn ihr Allahs Sache helft, wird er euch helfen. Und Amr al-Khattaba, radiallahu anh, hat gesagt, Wir sind ein Volk, Allah hat uns stolz durch den Islam gegeben. So wenn wir den Stolz, die Ehre, die Macht, in etwas anderem suchen, außer dem Islam, wird Allah uns erniedrigen. Und schaut euch an. Schaut euch an, wo die Muslime heute stehen. Wo stehen die Muslime heute? Wo sind die Muslime heute? Wie wird auf die Muslime herabgeschaut? Vor tausend Jahren waren die Muslime die Weltmacht gewesen. Aber heute wird auf sie herabgeschaut. Seit wann? Seit sie die Ehre in anderen Sachen, als in den Islam gesucht haben. In Nationalismus, in Kommunismus, in diesem ganzen Schrott. Vergisst es. Ihr müsst es vergessen. Islam ist die Wahrheit. Haltet daran fest. Und hört auf euch, wegen so einem Schwachsinn, auf der Straße den Schädel einzuschlagen. Und dadurch auch nur euch selber zu schaden. Wie gesagt, ist nur ein guter Ratschlag. Möger Allah uns alle recht leiten. Salam Ali.